So, ich will gute Fotos jetzt haben, ja? Ja, schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen. Ich schätze mal, müsste bald kommen. Ja, das dauert halt immer ein bisschen. Hey, komm, komm mal. Herr Köhn, werden Sie sich heute vor Gericht schuldig bekennen? Haben Sie den Millionenraub verübt? Was sagen Sie dazu, Herr Köhn, dass sich bereits Leute aus dem Internet treffen, um ihren Fluchtweg abzufahren, um nach der 7,9 Millionen Euro Beute zu suchen? Da kann ich den Leuten bloß viel Glück wünschen. Ich bin bloß heute hierher gekommen, um meine Unschuld zu beweisen. Danke. Das Ganze ist wohl für dich ein Spaß, was? Hast du eine Ahnung, was ich wegen dir durchmachen musste? Lassen Sie mich kurz, das ist meine Frau. Sandra, es tut mir leid. Aber gleich bei Gericht werde ich alles erklären. Ich werde alles erklären, okay? Thomas Köhn, geboren 17. Juli 1976 in Wiesbaden, wohnhaft in Mehrheim, verheiratet, angestaltet bei einem Sicherheitsdienst, seit dem 15.10.2008 in Untersuchungshaft, zuletzt in der JVA Köln. Der Angeklagte war Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens in Benzburg und dort zuständig für Geldtransporte. Als er am 5. September 2008 gegen 18.30 mit seiner Kollegin Ramona Gottwald auf dem Rückweg in die Zentrale war, gab er plötzlich vor, ein Geräusch am Geldtransporter gehört zu haben und hielt ihn einer Parkbucht auf dem Richard-Sorge-Weg in Benzburg an. Er stieg aus, ging um den Wagen herum und rief nach Ramona Gottwald. Als diese sich daraufhin arglos aus dem Fenster lehnte, packte sie der Angeklagte von hinten und hielt ihr so lange ein mit Chloroform getränktes Tuch vor das Gesicht, bis sie nach wenigen Sekunden das Bewusstsein verlor. Nachdem er seine Kollegin anschließend aus dem Wagen gezogen hatte, entwendete er sämtliche im Transporter befindlichen Geldsäcke mit insgesamt 7,9 Millionen Euro Bargeld und flüchtete mit seinem bereitgestellten Pkw. Als er am 14. Oktober 2008 in Marseille gefasst wurde, hatte er lediglich 20.000 Euro bei sich sowie einen falschen bulgarischen Pass. Bis heute fehlt von dem restlichen Geld jede Spur. Der Angeklagte wird somit des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, in Tatmehrheit mit sich verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Herr Kühn, die Anklage haben Sie gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Natürlich will ich das. Ich will, dass hier das Missverständnis aufgeklärt wird, denn ich bin hier nicht der Täter, ich bin ja das Opfer. Das Opfer? Ja, auf jeden Fall bin ich das Opfer, weil ich das Geld nämlich nicht gestohlen habe. Ich bin genauso von den Räubern überwältigt worden, wie das bei meiner Kollegin der Fall war. Dann erzählen Sie doch mal, wie das alles war. Nun, wir sind aus Bensburg gekommen, von unserer normalen Tour, waren auf dem Rückweg in die Innenstadt zu unserer Zentrale und dann habe ich hinten am Fahrzeug ein Geräusch gehört und habe deswegen angehalten, um nach den Rechten zu sehen. Und das ist Ihnen, soweit ich weiß, nur an wenigen definierten Punkten überhaupt gestattet, nämlich in der Zentrale Ihrer Firma und beim jeweiligen Einzelhändler, bei dem Sie das Geld einsammeln? Das weiß ich auch, vielen Dank. Ja, sehen Sie. Aber Sie sind ausgestiegen. Ja, ich musste ja irgendwas machen. Ich habe ein Geräusch an dem Fahrzeug gehört und deswegen bin ich an der nächsten Haltebucht rausgefahren, bin in den Wagen rumgegangen und da stehen zwei Typen vor mir mit Strumpfmasken über den Gesichtern und bevor ich auch nur irgendwie in irgendeiner Form reagieren konnte, hat mich der eine von hinten schon gepackt und der andere hat mir ein stinkender Lappen aufs Gesicht gedrückt. Und das Nächste, was ich eben noch weiß, ist, dass ich mit den beiden im Auto saß. Ja, wohlgemerkt am Steuer und wohlgemerkt in Ihrem eigenen Auto. Ja, das haben die natürlich geklaut, damit es so aussieht, als wäre ich der Täter. Deswegen ist ja dieses ganze Verwechslungsspiel hier so. Und als ich wieder bei Brust sein war, muss ich den Wagen fahren. Entschuldige, das ist doch lächerlich. Ich meine, da ist die Kollegin, die mit Ihnen zusammen da gefahren ist, die Ramona Gottwald, die ist überwältigt worden, die ist betäubt worden und die hat ausgesagt, dass sie niemanden beobachtet hat, der diese Tat begangen haben könnte. Sprich, Sie müssen die Tat begangen haben. Dann irrt sie sich eben. Oder sie kommt einfach nicht darauf klar, dass sie den Überfall nicht verhindern konnte. Wahrscheinlich sucht sie einfach nur irgendeinen Sündenbock für die ganze Sache. Könnte ich mir gut vorstellen. Haben Sie bemerkt, dass Ihnen jemand gefolgt ist? Nein, aber die ganze Zeit niemand. Wenn Ihnen niemand gefolgt ist, wenn das so gewesen sein sollte, wie Sie sagen, dann hätten ja die Täter auf Sie auf dem Parkplatz warten müssen. Aber wie sollen die denn dort warten, wenn Sie sich spontan dazu entschlossen haben, überhaupt an dem Parkplatz mal rauszufahren? Ja, weil die irgendwas in dem Auto gemacht haben müssen. Und dann haben sie sich eben auf gut Glück auf die Lauer gelegt und abgewartet. Weil auf der ganzen Strecke gibt es im Prinzip nur dort die Möglichkeit, ranzufahren. Jetzt ist laut Spurensicherung am Geldansporter keinerlei Hinweis auf irgendwelche Manipulationen festgestellt worden. Der Wagen, der lief sozusagen nebengeräuschfrei. Was weiß ich denn, was die an dem Fahrzeug gemacht haben? Sie können auch angehalten haben, um diesen Raub einfach inszeniert zu haben. Es ist einfach albern, was Sie sagen. Und ich sage Ihnen auch gerne, warum das so albern ist. Wenn ich ganz kurz mal... Hier haben wir das. Diese Säcke hier, ja, das sind die leider mittlerweile leeren Säcke. Da waren mal über 7 Millionen Euro, knapp 8 Millionen Euro drin. Die haben wir gefunden, einige hundert Meter vom Tatort entfernt. Genauso wie hier, Security. Das ist die Uniform, die Sie getragen haben. Jetzt erklären Sie mir das mal. Sie sind betäubt worden, sagen Sie. Waren also ohnmächtig auf gut Deutsch. Und dann sollen die Täter Sie, ohnmächtig wie Sie waren, aus- und umgezogen haben, oder was? Aber genau so muss es gewesen sein. Aha. Genau so muss es gewesen sein. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass die beiden keine Lust hatten, mit einem Mann in Sicherheitsdienstuniform aufzufallen. Gut, also man hat Sie umgezogen und haben Sie eine lustige, muntere Autofahrt zu dritt gemacht. Wenn das so war, Sie zusammen im Auto sitzen, dazu hingekommen sind, dann können Sie uns ja wohl auch sagen, wie die Täter aussehen. Und Sie Täter beschreiben, oder nicht? Ich habe doch schon am Anfang gesagt, dass die beiden Strumpfmasken auf hatten. Und die haben Sie die ganze Zeit nicht abgenommen. Und wenn, dann hatte ich die ganze Zeit einen Sack selbst über dem Kopf und konnte die beiden nicht sehen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die beiden Männer sind. Der eine war so ein großer, bulliger Typ. Und der andere, der war kleiner und schmaler und hatte noch eine Glatze. Haben die beiden auch mal mit Ihnen gesprochen? Nur der kleinere, der schmale von den beiden. Und der hatte so einen osteuropäischen, russischen Akzent. Der große Dicke hat die ganze Zeit nichts gesagt, sondern mir bloß immer seine Waffe unter die Nase gehalten. Schauen Sie mal, dieses Foto, das wurde von der automatischen Kamera am Grenzübergang von Deutschland nach Österreich bei Schwarzbach aufgenommen. Und zwar am 06.09.2008 um 5.22 Uhr. Also circa zehn Stunden nach der Tat. Und wer ist da im Auto zu sehen? Sie, am Steuer. Nur Sie. Da hatten die beiden sich natürlich hinter den Sitzen versteckt. Die wollten natürlich nicht gesehen werden. Und ich musste die ganze Zeit mit der Waffe im Rücken weiterfahren. Und? Wie ging die Fahrt weiter? Wir sind dann weiter bis nach Ungarn gefahren, nach Budapest. Und da haben die beiden sich anscheinend sicher gefühlt und haben mich einfach rausgelassen. Und das, obwohl ich die ganze Zeit dachte, dass die mich umbringen und mich einfach freilassen. Wenn es denn so war, wie Sie sagen, wieso sind Sie dann nicht sofort zur Polizei? Weil der Kleine mir sofort klargemacht hat, dass mir sowieso keiner glauben würde. Außerdem hat er mir gedroht, dass Sie mich fertig machen würden, wenn ich zur Polizei gehe. Also mir kommen die Tränen. Ich weiß nur nicht, ob es Freudentränen sind oder Trauertränen. Ich finde es unsäglich, was Sie hier machen. Und ich hoffe fast, dass Sie gerade Herrn Vorländer überrumpeln und das nicht mit der Verteidigung abgesprochen haben. Unglaublich. Herr Staatsanwalt, dieses Verfahren hier ist ja wohl der beste Beweis dafür, dass die echten Täter recht hat mit Ihrer Vermutung. Nämlich, dass niemand meinem Mandanten glaubt, dass er unschuldig ist. Aber Herr Vorländer, es liegt jedenfalls nicht an unserem Rechtssystem, dass Ihnen keiner glauben wird. Es liegt an dieser wirklich merkwürdigen Auffindssituation Ihres Mandanten. Wie haben wir ihn aufgefunden? In Marseille, Herr Vorländer, im Fünf-Sterne-Luxushotel. Da hielt er sich auf und nicht alleine. Er hat noch was gehabt. In der einen Hand hatte er knapp 20.000 Euro gehabt. In der anderen Hand hatte er hier diesen gefälschten bulgarischen Pass. Die Ex-Geisel, die sich aus der Haft befreit und im Luxushotel langsam runterkommen muss von der dramatischen Geiselnahme. Oder wie oder was. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich das vorstellen. Wäre ich denn sonst auf die Situation reagieren können? Den falschen Pass haben die zwei Russen mir gegeben. Und das Geld auch, damit ich erst mal über die Runden komme. Und in Marseille habe ich mal Urlaub gemacht. Das war für mich die erste Anlaufstation. Geiseln finde ich normalerweise, wenn Sie aus der Haft befreit wurden, nicht im Fünf-Sterne-Luxushotel an. Ich bitte Sie. Das meine ich eben mit Geschichte, die mich hier wahnsinnig aufregen kann. Ja, dieses Geld. Und das ist die nächste spannende Geschichte. An diesem Geld hat die Spurensicherung Lehmspuren festgestellt. Lehmspuren, die aus dem Norden von Marseille stammen. Nördlich von Marseille, aus der Gegend. Warum wohl? Weil Sie dort den Rest der Beute verbuddelt haben. Und so sind auch die Lehmspuren dann, die sieht man bloß im Auge nicht, an diese Geldscheine rangekommen. Also, wo ist das Geld? Das ist die spannende Frage. Irgendwo im Norden von Marseille. Na schön, dass Sie das Geld gerade selbst ansprechen, Herr Lukas. Schauen Sie mal, das wurde doch trotz intensiver Suche bisher noch nicht gefunden. Und damit ist das Hauptbeweismittel der Staatsanwaltschaft folgendes quasi. Nämlich gar nichts. Ja, das wäre aber die große Chance für Ihren Mandanten. Ich meine, ich sage Ihnen noch was, Herr Vorländer. Die Ehefrau, die nachher kommt, die wird uns bestätigen, dass in der Garage Chloroform stand. Die ganze Zeit in der Werkstatt, eher gesagt, von Ihnen, stand eine Flasche mit Chloroform. Passt doch auch zusammen. Das heißt, Sie sagen es zu Recht. Das Geld haben wir nicht, Herr Vorländer. Wenn Ihr Mandant ein Geständnis ablegt, brauche ich Ihnen nichts zu sagen. Und uns das Geld beschafft. Dann sieht es anders aus. Dann können wir wenigstens sehr mildernd an die Bestrafung, die am Ende wie Ihnen blüht, rangehen. Ich kann doch nicht nur, damit Sie sich besser fühlen, kann ich doch nicht anfangen, rumzulügen. Was fühlen Sie sich besser mit einer niedrigeren Strafe? Das habe ich überhaupt nicht nötig. Und abgesehen davon habe ich auch gar nichts mehr dazu zu sagen. Na gut, dann treten wir eben in die Beweisaufnahme ein. Sie nehmen bitte bei Ihrem Handverteidiger Platz. Und wir hören uns die erste Zeugin an. Ramona Gottwald, bitte schön. Moment, Moment, Sie hören mal sofort hier auf. Hallo, Sie hören sofort bitte schön hier auf. Während der Hauptfragen ist das Fotografieren strengstens verboten, ja? Ja, okay, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Frau Gottwald, kommen Sie wirklich schon mal nach vorne. Ja, damit ist es aber nicht getan. Sie haben ja jetzt schon Aufnahmen gemacht. Da muss ich Ihren Film oder Speicherkarte, wie auch immer, selbstverständlich jetzt sicherstellen. Ja, wenn Sie nicht einverstanden sind, dann machen Sie einen Beschlagnahmebeschluss. Aber das geht ja nicht hier während der Hauptfragen. Draußen ist ein großes Schild. Das müssen Sie eigentlich wissen. So, und jetzt geben Sie mir mal die Speicherkarte. Mit der anderen Kamera haben Sie hier nicht vorüberführt. Nein, nur mit dieser. Bitte schön. Gut. Ihr Personal haben Sie mir irgendwie? Hier ist meine Visitenkarte, Markus Viersen. Gut. Also, dann nehmen wir das so zu Protokoll. Und wenn es gelöscht ist, können Sie es auch gerne wiederhaben. Ja, nehmen Sie mal bitte wieder Platz. Danke schön. Gut, Frau Gottwald. Ja, entschuldigen Sie die kurze Verzögerung. Sie sollen jetzt als Zeugin hier aussagen. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Klar. Sie heißen Herr Mona Gottwald, 29 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig Angestellte beim Sicherheitsdienst. Verwandte oder Verschwäge mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Nach dem Überfall bin ich direkt in die Zentrale gewechselt, in den Innendienst. Es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, Vertrauen zu neuen Kollegen aufzubauen. Erzählen Sie uns doch erst mal, wie es überhaupt zum Überfall kam. Ja, es muss so halb sieben gewesen sein und wir sind, mein Kollege und ich, nach unserer üblichen Tour in Richtung Zentrale gefahren. Und da sagte Thomas dann plötzlich, ja, er höre ein Geräusch. Und dann hält er auf einmal schon an. Jetzt haben Sie gerade gesagt, er hat von einem Geräusch gesprochen. Haben Sie denn auch eins gehört? Nein, da war gar nichts. Ich habe nichts gehört und sicherlich war das auch nur ein Vorwand für ihn da anzuhalten. Ja, ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Irgendwelche anderen Personen, andere Fahrzeuge, sonst irgendwas? Nein, da war wirklich niemand. Wir fahren auch nur auf diesem Richard-Sorge-Weg, damit wir nicht auf der B55 in einen Stau kommen. Das ist der einzige Grund. Und ja, wenn Sie mich fragen, das ist wirklich der perfekte Ort für so einen Überfall. War an dem Tag irgendetwas Besonderes, irgendwas anderes als sonst? Nein, eigentlich war alles wie immer. Ja, gut. Wir hatten 7,9 Millionen geladen. Ja, das hat man ja nicht alle Tage. Sie haben gesagt, der Angeklagte hat den Wagen angehalten und dann? Ja, er hat den Wagen angehalten, angeblich, um nach diesem Geräusch zu gucken. Und ich bin im Wagen geblieben, so wie es auch Vorschrift ist. Hat der Angeklagte irgendwie versucht, Sie aus dem Wagen zu locken? Ja, ja. Er hat nach mir gerufen, er hat nach Hilfe gerufen und ich habe dann das Fenster runter gemacht und habe ihm gesagt, dass das nicht geht. Sie müssen verstehen, ein Sicherheitsbeamter muss immer vorne in dieser Fahrerkabine bleiben, um diese gesamte Lage sozusagen im Blick zu halten. Und auf welche Weise wurden Sie dann überwältigt, wenn Sie uns das auch noch schildern könnten? Ja, also der Angeklagte, der Thomas, der muss sich um den Wagen herum geschlichen haben und ich hatte ja meinen Kopf sozusagen aus der Tür gestreckt. Und ich merkte auf einmal, wie ich so ein weißes Tuch auf dem Gesicht hatte. Und ich habe versucht, mich zu wehren, aber er hat mich gepackt und festgehalten. Und ja, im nächsten Augenblick wurde mir auch schon ganz schwarz vor Augen. Das Tuch hier, das ist neben Ihnen gefunden worden. Laboruntersuchung hat ergeben, dass es mit Lohr vorgedrängt war. Haben Sie den Angeklagten denn erkannt? Ja, ja, sicher. Das kann nur er gewesen sein, denn sonst war ja niemand in der Nähe. Entschuldigen Sie, das ist doch jetzt keine Antwort auf die Frage. Haben Sie meinen Mandanten nun gesehen oder nicht? Ja, er war der Einzige dort an dem Wagen. Entschuldigung, dem könnte ich was beifügen. Und zwar fällt mir gerade ein, ich weiß auch nicht, warum ich da vorher nicht mal dran gedacht habe, dass Ramone ihre Brille gar nicht getragen hat. Beim Aussteigen habe ich nämlich noch aus dem Augenwinkel gesehen, wie sie die zur Seite gelegt hat. Ja, na gut, das würde ja erklären, wieso Ihre Brille im Wagen lag, während Sie ja neben dem Fahrzeug gefunden wurden. Welche Stärke hatten Ihre Brille? Ja, minus 3,2. Das heißt aber, dass Sie ohne Brille nur schemenhaft sehen, oder? Stimmt das? Mmh, das stimmt. Wieso haben Sie denn überhaupt Ihre Brille abgenommen? Ja, ich habe mir den Liedstrich nachgezogen. Bitte? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ich habe mich geschminkt, mein Gott. War es da etwa scharf auf mich? Ach, als ob du das nicht gewusst hättest. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ach, ich bin noch nie von einem Menschen so enttäuscht worden wie von dir. Ich dachte wirklich, du magst mich. Er hat mich total um den Finger gewickelt und sich an mich herangeschmissen. Und dabei ging es die ganze Zeit nur um seinen miesen Plan. Wie meint Sie denn das? Ja, dadurch, dass er sich plötzlich so, naja, er war so nett zu mir. Und dann habe ich natürlich in dem Augenblick an nichts Böses gedacht, als er den Wagen angehalten hat. Obwohl wir das natürlich eigentlich gar nicht dürfen. Interessant also. Entweder Sie lügen und belasten meinen Mandanten, um sich für Ihre verletzten Gefühle an ihm zu rächen, oder aber Sie haben einen anderen Grund. Soll ich den nennen oder wollen Sie das übernehmen? Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sagt Ihnen der Name Dimitri Koljenko etwas? Ja, mit dem war ich letztes Jahr ein paar Monate zusammen. Damals haben Sie ja schon bei der Geldtransportfirma gearbeitet, nicht wahr? Ja. Haben Sie auch gewusst, dass der Mann wegen Autodiebstahls vorbestraft war und vor sechs Monaten nach Russland abgeschoben worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Das ist ja schrecklich. Ich habe mit ihm schon längere Zeit keinen Kontakt mehr. Mit der Verteidigung wohl die Güte haben, zu erklären, wo die Reise hingehen soll. Ich würde gerne mitreisen. Gerne. Ich nehme Sie mit auf die Reise, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant hat eben vorhin ausgesagt, dass einer dieser unbekannten Täter einen russischen Akzent hatte. Was für ein Zufall. Einer dieser angeblichen Täter, Herr Vorländer. Mein Tankwart im Übrigen ist auch Russe. Bin ich jetzt auch einer Ihrer verdächtigen, Herr Vorländer, beim Großrundumschlag? Ich bitte Sie. Also die Täter, die wussten doch offensichtlich ganz genau über die Route Bescheid. Insider wissen offenbar nicht, wahr, Frau Gottwald? Und die Zeugin Gottwald hat gleich nach dem Überfall ganz schnell ihre Aussage bei der Polizei gemacht und hat sich dann in den Urlaub verabschiedet und ist verreist. Sagen Sie mal, wo haben Sie Ihren Urlaub eigentlich verbracht, Frau Gottwald? Also bevor Sie da antworten, jetzt sehen wir, in welche Richtung die Fragestellung geht, muss ich Sie belehren, dass Sie auf einzelne Fragen nicht antworten müssen, wenn die Gefahr besteht, dass Sie dadurch selbst in Verdacht geraten, 55 StPO. Ja, ich war klettern in den Bayerischen Alpen. Das mache ich eigentlich jedes Jahr und da bin ich dann auf so einer einsamen Hütte. Gibt es dafür Zeugen, dass Sie die ganze Zeit auf dieser einsamen Hütte waren? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Denn das ist ja gerade der Grund, warum ich da hinfahre. Das ist der Vorteil von einsamen Hütten. Was ja wohl heißt, dass Sie wohl auch die Zeit zumindest teilweise ganz woanders haben, verbracht haben können. Zum Beispiel in Budapest, zusammen mit Ihrem Freund Dmitri Koljenko. Das schöne Geld genießen, das man da erbeutet hatte. Das ist doch völlig absurd. Denken Sie doch, was Sie wollen. Ich war es auf jeden Fall nicht. Weiterfragen. Keine Ahnung. Dann bleiben Sie unverheitlich. Dankeschön. Sie dürften hinten Platz nehmen. Und wir hören uns als nächstes die Ehefrau des Angeklagten an. Sandra Köhn, bitteschön. Frau Köhn, guten Tag. Kommt ihr bitte mal nach vorn. Ja, nehmen Sie ruhig Platz, Frau Köhn. Ich muss Sie direkt belehren, dass Sie als Zeugin hier noch nicht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Sandra Köhn, 33 Jahre alt. Sie wohnen in Mehrheim. Sie sind verheiratet. Was machen Sie beruflich? Ich bin kaufmännische Angestellte. Aber seit einiger Zeit krankgeschrieben. Denn als mein Mann damals einfach verschwunden war, hatte ich einen Zusammenbruch. Ja, und Sie sind die Ehefrau des Angeklagten. Und damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen hier gar nicht aussagen, wenn Sie sich oder nahen Angehörigen belasten. Ich will, dass mein Mann dafür bezahlt, was er mir angetan hat. Jetzt haben Sie damals gegenüber der Polizei schon gesagt, dass Sie am 4.9., also einen Tag vor diesem Überfall, gegen Abend eine Beobachtung gemacht haben. Erzählen Sie uns das bitte nochmal. Ja, mein Mann war an diesem Abend in seiner Garage. Aber er hat sich sehr oft zu dieser Zeit dort aufgehalten. Und ich bin ihm hinterhergegangen, um zu sehen, was er dort treibt. Entschuldigung, aber ich kann nicht länger warten. Sandra, Sandra, ich liebe dich. Glaub mir, bitte. Ich liebe dich. Ich wollte nicht, dass du so leidest. Das kannst du dir schenken. Hast du einmal an mich gedacht, als du dich mit dem Geld aus dem Staub gemacht hast? Hast du einmal an mich gedacht? Das war dir doch völlig egal. Sandra, das glaubst du doch nicht wirklich. Glaub mir, ich liebe dich. Ich habe doch keine Schuld an dem, was passiert... Jetzt passen Sie mal auf, Herr Köhn. Jetzt halten Sie mal ganz schnell den Mund. Jetzt ist Ihre Frau nämlich dran und nicht Sie. Ja? Na, aber wann hätte ich denn das sonst alles erzählen sollen? Ich habe sie seit dem Überfall ja nicht mehr gesehen. Wofür soll sie denn wissen, dass ich sie die ganze Zeit vermisst habe? Dass ich die ganze Zeit nur an sie gedacht habe? Warum hast du dich da nicht gemeldet, damit ich weiß, dass du lebst? Sandra, deswegen habe ich ja extra eine Karte aus Triest geschickt. Oh, bitte, Thomas. Liebe Grüße, Thomas. Entschuldigung. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Köhn, das ist jetzt die letzte Wahl. Und glauben Sie, ich merke nicht, dass Sie hier gerade versuchen, Ihre Frau in Ihrer Aussage zu beeinflussen, ja? Noch einmal, noch ein Versuch. Und ich lasse Sie hier aus dem Saal entfernen, ja? Sandra, verstehe doch bitte. Ich konnte dir einfach keine Karte schicken. Ich konnte mich nicht bei dir melden. Also jetzt reicht das wirklich. Jetzt ist absolut geschehen. Dass du mit in der Sache drinsteckst. Für die Dauer der Vernehmung seiner Ehefrau, Sandra Köhn, wird der Angeklagte Thomas Köhn aus dem Sitzungssaal entfernt. Willen Sie den Angeklagten bitte nach draußen? Das haben Sie jetzt wirklich selber eingebockt. Ich kann es nicht dulden, dass hier, bitte, ja? Ich kann es nicht dulden, dass hier eine Zeugin beeinflusst wird. Sandra, Sandra, glaub mir bitte, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich war unschuldig auf der Flucht. Ich habe gedacht, ich würde dich niemals mehr erzählen. Jetzt ist aber wirklich genug. Jetzt haben Sie sofort den Mund. Das ist mir alles wirklich egal. Sie halten sofort den Mund, wenn Sie noch ein Wort sagen. So. Es wird nicht nötig sein. Ich möchte jetzt sowieso nichts mehr sagen. Ich möchte von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Und außerdem alles widerrufen, was ich bisher bei der Polizei ausgesagt habe. Bitte. Gut, Zeugnisverweigerungsrecht, da kann ich nichts dagegen machen. Aber glauben Sie nicht, dass damit Ihre Aussage bei der Polizei ungeschehen gemacht ist. Dann lade ich natürlich den Polizeibeamten, der Sie damals vernommen hat. Und dann wird der uns einfach erzählen, was Sie ihm alles gesagt haben. Und das können wir hier noch nicht verwerten. Ich möchte jetzt einfach nichts mehr sagen. Ja, dann kann die Zeugin auch entlassen werden. Dann bleiben Sie unverhaltig. Nehmt bitte hinten Platz. Ich möchte jetzt nicht mehr sagen.